Hallo Leute, ich bin's und ja, ich bin grad am basteln grad und wie ihr sehen könnt, es ist total Chaos bei mir und weil ich noch gestern gearbeitet habe an Skull Jury und ja, Slow Mo ist grad bei mir. Das einzige Update an meiner Puppensammlung kann ich nur sagen, dass ich Slow Mo in der Box hab. Also ich hab's quasi Slow Mo aus dem Box und Slow Mo in der Box. Ja und das ist eigentlich das einzige, was Neues bei mir grad ist. Ich hab zwar ein paar Puppen bestellt, aber das dauert noch, bis die hier ankommen, ein paar Wochen. Ansonsten ja, wir haben schönes Wetter draußen und ja, ich werde nicht so lange jetzt am PC hocken und durchstöbern. Was Neues gibt, das kann ich noch später machen. Ich werde noch heute ein bisschen in Einkaufszentrum gehen, heute gucken, ob was Neues gibt. Ansonsten wünsche ich euch heute, also beziehungsweise nicht nur alle meine YouTuber-Gemeinde, sondern auch alle anderen, ein schönes Wochenende und bis bald! Tschüss! Schöne Schöne Schöne